Wir haben es geschafft. Von jetzt an wird alles anders werden. Du willst das hier zu einem Zuhause machen? Egal ob es uns gefällt. Es hat sehr lange gedauert, bis dieser Ort Fuß gefasst hat. Es war ein hohes Risiko für mich, dich herzubringen. Bitte lass mich diese Entscheidung nicht bereuen. Du willst dir nicht leben. Mit mir. Ich will uns alle doch bloß beschützen. Wie kannst du nur da sitzen und denken, dass du auf alles eine Antwort hast? Menschen ändern sich nicht, Ali. Sie geben sich nur erst mit der Zeit zu erkennen. Wir müssen hier weg. Was fehlt Ihnen? Wenn wir es machen, gibt es kein Zurück mehr. Margot, willst du zum Problem? Ich bringe uns von hier weg. Du hast die Brücken abgerissen. Du hast die Brücken abgerissen. Telefonauskunft. Washington D.C. Margot. Warum sollte ich Ihnen helfen? Wenn Sie es tun, liefere ich Ihnen Ali Fox. Höhe. Looking for a way to find For more information, visit www.fema.org